hallo guten tag wir lieben zuschauer und zuschauerinnen herzlich kommen auf meinen youtube-kanal der der chance auf der suche nach neuen abend waren mein name ist justus könig wie kann das ja noch schon sagen wir sind amerika justus könig der abenteuer youtuber aus wittsburg der band im plan oder der zickelmann aus wittsburg es ist jetzt gerade 19 uhr heute frühjahr feierabend überstunden heute ist mittwoch und ich bin hier auf dem okazern von kirmes jedenfalls bin ich hier an der zellerau neben talvera auf dem landesganschaupark 90er jedenfalls hier wo ich bin hier unten hier oben des tals wollte auch gerne hier einmal im jahr oder zweimal im monat bei schönem wetter wollte ich hier immer so eine art cosplay treffen gemacht cosplay armen die treffen bewahrte eröffnet 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 haben sich alle getroffen haben sich einer hat es veranstaltet und die sind alle hergekommen haben sich da unten kocht und oben kocht haben sich unterhalten haben spiele gespielt und so weiter fotos gemacht es ist halt amene zahlreichen zeichentrick comic ja war ich comic da man kann kommen als normal als unverkleidet oder verkleidet als eine figur und danach hat man halt zusammen halt dann aus entschieden wo man hingehen möchte essen meistens zum asiaten da war die dompassage da wir haben euch auch schon dabei war cool und ich kannte das christian mongobel christian bockmann hat es mal mitgebracht mit mich das gezeigt alles und das sind wir uns hier auch jedenfalls habe ich jetzt kurz haare und ich habe einen samsung galaxy s 23 ultra habe heute experiment wir laufen dann die sand ist ganz schau durch von von daudien aus bis hier runter von talvera denn wir tun jetzt mal in 4k auflösung klar nicht mehr aufnehmen aber plus keine 30 bilder pro sekunde sondern 60 bilder pro sekunde ok ist ein bisschen eingeschränkt man kann kein foto machen man kann natürlich kein foto machen vielleicht suchen nichts aber es soll flüssiger sein wie tut es mal austesten nur ein experiment mal testen ja und machen schon das wetter und es ist warm und das alles ist gut und ihr könnt jetzt dabei sein also viel spaß am film und action let's play so jetzt haben wir 60 bilder pro sekunde das ist mit 60 bilder pro sekunde 4k auflösung mit 60 kilosekunde und da war so wasser so so das ist 60 bilder pro sekunde so 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 Und da sind die Blaske mal. Das wäre 60 Bilder pro Sekunde. Ja, die Stolche. Das hat sich auch abgenommen. Das ist ein Landschilder, das ist ein Landschilder. So ist es halt mit 60 Bilder pro Sekunde. Das ist die andere Pyramide. Bitte bitte. Ja, die Kinder. Da geht es nicht noch. Oh, ein Vogelix. Dann sind wir hier oben. Da wollen wir oben. Ich habe es gerne zölen. So. Und da ist Endekalender. Jetzt los Rombosco. Ja, Endekalender. Hier ist Endekalender. Ja. Wie gesagt, es ist nur so ein Test. Wir haben ein sehr schönes Wetter. Also es macht nicht immer. Es ist nur so ein Test. Weil ich habe jetzt hier. Ich kann nicht zoomen. Richtig. Ich kann keine Fotos machen. Wer ist Films. Ja. Das ist ein bisschen eingeschränkt. Ach, das sind noch viele Jugendliche. Da kann man jetzt sterben. Die hier runter abhängen und chillen. Da kann man auch sterben. Da kann man auch sterben. So was. Das ist überhaupt nicht viel. Ne, warte mal. Was ein schönes. Ja. Da haben wir sich getroffen. Oder unter sich getroffen. Und dann ist der Bosco Kirche. Und das ist der Bosco. Ja. Aber ihr seht. Wasser fließt. Wasser fließt immer so viel früher. Halt. Dann laufen wir hier durch. Und das wars. Ok. Experiment beendet. Sagt danke für das Zuschauer. Sagt danke für das Zuschauer. Anschauen. Beenden das Video. Good bye. Herr Oma waren jetzt zwei Jugendliche. Wurden jetzt die Stirn. Und dann wollte ich auf der Chemist draufgehen. Da darf ich dann später Fit One. Einen Sport machen. Ja, hier wirds. Das ist der kurze Essentwissen. Hier in 60 Kilo. 60 Bilder pro Sekunde. Einen schönen Wetter. Also die Jugendlichen sind jetzt weg. Da kann man mal kurz hoch gehen. Die Jugendlichen sind weg, weil es auf die Kimmels durchgelaufen ist. Mit der Action-Camp ist einmal heiß geworden. Da wollte man die Jugendlich nicht stören, wenn sie abhängen und chillen. Da habe ich eh schon alles gefunden, aber egal. Also das ist bestimmt so. Ich glaube das war es dann. So kann ich noch zoomen. Fotos kann ich noch machen aber jetzt. Zoomen ist ja nicht mehr so gut drin. Ja da waren die Jugendlichen. Alkohol, rauchen, saugen, was entlassen Schriften. Keine Ahnung. Hat auch ein anderer uns weg gelassen. Er weiß. Er weiß es schon. Hängen hin wird es schöne Forgenschlösser. Ne mehr schön, aber sie ist doch schön. Er ist schon verrastert. Jetzt wird es ein schöner Park. Ja, dann können wir wieder runter. So, wir laufen da lang. 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 Auf der Seite des Parkes. Dann können wir schreiben, was besser ist, ob die Qualität okay ist oder immer noch schwindelnd wird. Dann mache ich diese. So, wir laufen da lang. Richter links. Na rechts. Ah, da auch irgendwie hier. Dann, aber da lang. Ja, das ist doch ein schöner Park, oder? Ja, das ist doch ein schöner Park, oder? Auf keinen Fall! Natürlich nicht, weil der Tüch von der Hanne wär so. Mhm. Ah, da kommt man so hoch. Ha. krass rüber laufen gut, also Vogel das sind Toiletten da kommen die Schnattenbestecken wieder da ist der Seinderausgang da ist noch so ein Mittelweg egal da müssen Leute aus dem Weg gehen weil die wenigstens keine Kamera zu filmen aus dem Weg gehen hier kann ich nicht anfangen so, jetzt kommst du hier so, danke fürs Zuschauen wir haben es heute wieder das war es hier das ist ein Park durchgelaufen das ist ein Wettenskanschau-Park nochmal also es ist das Fähreende wahr ich weiß, eher verplant aber es ist ja noch offen also kann man noch durchlaufen Heppdach war jetzt zugesperrt das ist das Fähreende das ist das Fähreende das ist das Fähreende und das war's dann jetzt wir machen die Kamera raus und ich geh jetzt den Fit-Rotten-Sport machen einfach abhängig ja, das ist das Game Over und das war die diese 4K 60 Bilder pro Sekunde könnt ihr euch schreiben ob es okay war oder nicht okay war ob es über 30 Bilder pro Sekunde besser ist oder 60 Bilder pro Sekunde und dein Handy das ist das Fähreende und das Endgame BÄM